Hi Leute, ich bin der Karl Platt, ich bin Markenbotschafter bei Bulls und heute werde ich für euch mal dieses Bulls E-Stream Evo AM4 testen und mal richtig unter meine Fittiche nehmen und ich bin schon echt gespannt, wie sich das Ding fährt. Also, bis gleich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.